Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch nochmal ein Weihnachtsgeschenk für Kinder vorstellen, sowohl für Mädchen als auch für Jungen. Das wird keines meiner Kinder bekommen, sondern jemand aus unserem Freundeskreis. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich finde es erstmal schon mega genial, dass das Ganze in einem Rucksack verpackt ist. Das heißt, man das auch tatsächlich mitnehmen kann, wenn man das denn will oder dann einfach die Verpackung weiter benutzen kann. Und hier drin sind ganz, ganz viele Musikinstrumente, die ich euch gleich noch ein bisschen näher zeigen möchte. Das Ganze ist von Small Kids. Ich verlinke euch das auch unten mal in der Infobox. Und warum das jetzt explizit nicht meine Kinder bekommen, ist einfach der Grund, dass wir schon ein halbes Musikstudio im Kinderzimmer haben. Also wir haben eine Panflöte, wir haben eine Blockflöte, wir haben ein Mikrofon, wir haben ein Keyboard, wir haben verschiedene Klavierbücher. Ich glaube, das war's. Und ich finde das tatsächlich aber sehr, sehr schön. So oft ich manchmal natürlich auch genervt bin von den ganzen Geräuschen, die diese Instrumente machen. So begeistert sind wiederum meine Kinder davon und spielen das auch tatsächlich sehr oft. Und ich finde das einfach wichtig, so für ein bisschen ein Gespür für Rhythmus und Ton und Klang zu bekommen, ohne sie halt irgendwie gleich in die Musikschule schicken zu müssen. Also ich weiß, bei mir damals im Kindergarten war das so, dass die Musikschullehrerin zu uns kam. Und wir da so ein bisschen was machen konnten. Das ist bei meinen Kindern jetzt leider nicht so, obwohl ich mich das tatsächlich sehr wünschen würde, weil ich das irgendwie ganz cool und wichtig finde. So, also das ist auch alles original eingepackt, ne. Und ich möchte es auch eigentlich gerne so lassen, weil ich es halt verschenke. Ich möchte euch trotzdem gerne ein bisschen zeigen, was dann so drin enthalten ist. Also zum einen sind hier Rasseln drin. So ganz klassisch. Dann natürlich... Wie nennt man das? Ist doch keine Trommel. Man hat hier auch solche Rasseldinger, wo man hier so einen Griff hat und die dann rasseln kann. Sind auch, glaube ich, mehrere drin. Dann hat man hier diese Rasseleier. Das kennt man, glaube ich, auch. Dann hier so kleine Glöckchen, auch sehr geil. Aber ich glaube, die klingen nicht richtig, weil sie halt hier in der Verpackung sind. Hier noch so... Und ich weiß halt nicht, wie das alles heißt. Das hat ja alles einen Namen, ne. Hier diese Dinger. Also das sind zum Beispiel auch wirklich aus Holz. Die Sachen hier auch. Dann hier noch so ein Ritsche-Ratsche-Ding. Also wo man einfach hier so lang geht und damit Geräusche macht. Ihr wisst schon, was ich meine, ne. Das kenne ich auch tatsächlich alles noch so aus meiner Kindheit, wo wir halt da so ein bisschen Musikschule hatten. So was noch. Und auch aus Holz. Also wirklich auch schön verarbeitet. Ich möchte es aber gern, wie gesagt, verpackt lassen. Also ich finde das tatsächlich sehr, sehr, sehr gelungen. Also ich mag das, wie gesagt, auch, dass es in so einem Rucksack ist. Auch sehr, sehr süß ist. Also man muss es ja dann nicht wieder da reinmachen. Man muss ja auch nicht überall mit hinschleppen. Aber man kann die Verpackung, den Rucksack, weiter benutzen. Und auf der anderen Seite bin ich auch immer ein Fan im Kinderzimmer davon, dass alles so seinen Platz hat. Also wir haben auch für alles eine Kiste, ne. Das ist die Lego-Kiste, das ist die Pferdekiste, das ist die Autokiste. Und wenn die Kinder aufräumen, wissen die, wo was hingehört. Und so könnte man das hier halt ebenfalls weiterhand haben, dass die Musikinstrumente immer wieder in den Rucksack zurückkommen. So, ich zähle jetzt mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ist zwölf. Also die hier sind übrigens erst ab anderthalb Jahren. Was aber auch völlig okay ist. Also was hatte ich jetzt gesagt, es sind ungefähr zwölf Musikinstrumente drin. Und der liegt preislich bei ungefähr 27 Euro. Was macht denn die Katze da? Na gut. Also der liegt preislich bei ungefähr 27 Euro. Ich verlinke es euch auf jeden Fall mal unten. Aber dass der wirklich so randvoll mit Musikinstrumenten gefüllt ist und die auch größtenteils aus Holz sind, finde ich das absolut in Ordnung. Und wie gesagt, sogar die Verpackung noch mit benutzt werden kann. Der Rucksack ist auch ganz normal, größenverstellbar und alles. Hier ist dann natürlich, ja, kann man den auch gut abwischen. Also das wäre so mein idealer Rucksack, glaube ich, für auf den Spielplatz oder in den Wald tatsächlich. Weil der super schön zu reinigen geht. Genau, also das wollte ich euch gerne nochmal so in einem Einzelvideo vorstellen, weil ich das tatsächlich sehr, 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 sehr cool finde. Und ich verlinke euch das unten in der Infobox. Und ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie das bei euch zu Hause mit Musikinstrumenten aussieht. Und ob ihr was habt, ob eure Kinder schon wirklich richtig ein Musikinstrument lernen, ab wann sie das angefangen haben zu lernen, ab wann ihr sie ja in die Musikschule gebracht habt oder ob ihr das zu Hause gemacht habt. Das Thema würde mich tatsächlich sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, dass euch auch dieses Video gefallen hat. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!